Guten Morgen, erste Nacht habe ich in Pai hier verbracht und ich muss sagen, ja, das Zimmer hier, das trübt schon ein bisschen so mein Lauder Pai an sich, war gestern echt super schön, aber auch gestern Nacht noch ein paar Sachen festgestellt, die mich gestört haben, zum einen ist das Fenster nicht so ganz dicht, da kommt dann auch einmal so ein kleiner Gecko rein, der dann eine ganz andere Decke rumläuft, das ist irgendwie ein bisschen uncool. Zum anderen muss ich sagen, finde ich das Badzimmer nicht so, nicht so berauschend, es weiß nicht, riecht ein bisschen und auch das Bett hat eigentlich ganz gut einen Eindruck gemacht, habe ich heute Morgen aufgewacht und meinen ganzen Nacken gesteift, keine Ahnung, sehr schlecht geschlafen, dazu kommt auch, dass diese Hähne hier die ganze Zeit schreien, bis tief in die Nacht, heute Morgen früh angefangen, echt schwierig, da irgendwie vernünftig zu schlafen, also das ist echt schon, das ist sehr schade, weil die Zeit hier, glaube ich, echt ziemlich cool sein kann, auch heute, wieder eine ganz nette Planung. Ja, wo gehe ich hin gleich, ich will gleich zu einem Wasserfall hingehen, da muss man auch erstmal eine ganze Runde wandern, so um die 5 Stunden wird die Tour dauern, da darf er ziemlich cool sein, freue ich mich schon darauf und dann werde ich zwischendurch davon berichten. So, сейчас bin ich schon aufgewacht, dass meine Hugh-Animator validiert, jetzt weiß ich noch nie, sondern mittlerweile habe ich auch wirklich viel weave I líne, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 rein. Die Fahrt dahin war schon super interessant. Es war noch morgens, man hat so noch ein bisschen echte Nebelschwaden um die Gebirgsspitzen rum gesehen. Das Gebirgsspitzen, also hoch ist es ja auch nicht. Aber dazu dann halt noch ein paar Reisfelder, ein paar Wasserbüffel und ja schon den Dschungel. Das war schon ziemlich cool. Jedenfalls bin ich da angekommen, da wo es, oh wie sie gerade, ich hab schon wieder so ein Gecko bei mir im Zimmer drin, halt zum Kotzen, wo die Strecke beginnen sollte. Und ich hab schon irgendwie im Insider vorher gelesen, dass das mehrfach irgendwie das Wasser, dass man über den Fluss ein paar Mal drüber muss. Aber ich stehe da und da ist wirklich kein Weg, da ist einfach nur wieder Fluss lang und da dachte ich so schon, na kacke, wo willst du denn jetzt hier hin oder sollst du denn da hin. Und ich hab mir schon so halb gedacht, dass ich wohl da durchgehen muss. Und ich hab lange überlegt, ob ich's machen soll, weil ich echt keinen Bock habe eigentlich so mit mit durchnässten Schuhen irgendwie über 5 Stunden durch die Gegend zu laufen und sowas. Ich glaub ich hab fast eine halbe Stunde eingestanden und überlegt oder eine Viertelstunde war's bestimmt. Und hab dann im Endeffekt mich entschlossen in den Loch hinzugehen und hab's definitiv nicht bereut. Ja, anfangs wusste ich nicht ganz genau, ob ich Richtung nicht gehen sollte. Irgendwie der Weg hat sich einmal gegabelt und bin glaub ich erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Wollte dann hier zurück gehen und in dem Moment, ja, bin ich einem Teil mit denen hier über den Weg gelaufen, die nicht hier aus der Gegend kommt, sondern aus Chiang Mai, auch um zum Wochenende hier zu Besuch ist und auch dahin gehen wollte und wusste auch nicht, wo sie hingehen mussten genau. Und ja, jedenfalls sind wir zu zweit gegangen, das war ziemlich, eigentlich ziemlich coole Sache. Der Weg war super interessant, der Wald, dann ab und zu mal immer diesen Fluss durchgehen, das war sehr interessant. Man musste echt auch passen, weil Tage ganz schön rutschig. Dazu war das Mädchen auch ganz nett und es war irgendwie auch mal interessant, dann sich mit einem Einheimischen zu unterhalten. Wo man einfach doch noch ein bisschen mehr übers Land lernen lernt. Und anders als wenn man sich vielleicht irgendwie abends in der Kneipe dann trifft oder sowas. Ja, also wir sind dann, es hat sich ganz lange gezogen, die ganze Zeit immer flusslang. Nach anderthalb Kilometern ging es dann erstmal ein Stück ein Bergauf. Da kam dann ein Freund von ihr, der nachgekommen ist, hat uns dann aufgeholt. Anders war dann ein bisschen merkwürdig irgendwie. Er war dann irgendwie ein bisschen sauer auf sie, weil sie nicht auf ihn gewartet hat und ich wusste auch nicht mehr, in welcher Beziehung zueinander standen. Und er war so auch ein bisschen zurückhaltend mit seiner Art und Weise, mit dem Reden oder so. Das hat irgendwie so ein bisschen die Stimmung kaputt gemacht, zwischenzeitlich. Er ist auch ziemlich schnell vorangelaufen. Also vorher hatten wir, denke ich, immer ein ganz gutes Tempo, dass man gut vorangekommen ist, aber gleichzeitig noch sich gut umgucken konnte. Und da bist du eigentlich nur hinter dem Typen hinterher gepest. Weiß nicht, aber er hat sich nachher noch eigentlich als ein ganz netter Typ rausgestellt. Kam vielleicht nur am Anfang ein bisschen komisch rüber dann. Naja, jedenfalls sind wir nach ungefähr zweieinhalb Stunden beim Wasserfall angekommen und das war einfach schon ziemlich geil, so mitten im Dschungel dann diesen Wasserfall da zu sehen. Da waren da zwei Typen aus Israel, die schon da waren, mit denen haben wir ein bisschen gequatscht und sind dann reingegangen da zum Wasserfall, da haben uns ein bisschen untergestellt. Und so war ein super cooles Erlebnis. War ein bisschen kalt, aber es war okay dann. Ja, zurück ging es dann auch noch mal so zwei, drei Stunden. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Es hat ein bisschen genervt dann mit meinen Schuhen. Ich habe jetzt so ganz normale Tracking-Schuhen angehabt. Es ist halt jedes Mal, dass ich durch den Bach durchgegangen ist und man ist extrem oft da durchgegangen. Also bestimmt, das heißt ich, über 50 Mal, definitiv. Jedes Mal ist irgendwie Sand reingekommen. Hätte super viel Sand in meinen Schuhen und war dann ziemlich unbequem. Davon mal abgesehen war die Tour einfach echt gut. Und wie gesagt, einmal das erste Mal, dass ich im Dschungel war, das sah schon ziemlich geil aus. Dann sehr interessant mit dem durch das Bach laufen, landschaftlich super schön. Sportlich eigentlich auch eine relativ gute Herausforderung. Ich bin ziemlich kaputt und dann halt ein bisschen nah beim Wasserfall runter gehen. Das war auch eine ziemlich coole Sache. Ja und auch das Erzählen mit den Leuten war auch eine gute Sache. Endlich mal ein paar Leute getroffen und genau. Ja leider bin ich jetzt hier in meinem Zimmer, was mir immer noch nicht gefällt. Ich habe auch gemerkt, das Bett wurde nicht gemacht. Ich habe keine neue Handtühe, da kriege ich keine Seife. Und ich werde mich mal fragen, ob das ein Gecko da hinten muss ich auch noch mal rausschmeißen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber scheiß viel. Genau, dem ist das bald nochmal Sonnenuntergang. Ich will zu einem der vielen Viewpoints nochmal schnell hinfahren. Und dann melde ich mich heute Abend nochmal. Oder vielleicht sogar vom Viewpoint, wenn ich zu viele Leute da zugucken und ich Zeit habe, was zu quatschen. Ja, guten Morgen. Gestern Abend habe ich leider nicht mehr gedacht, noch ein Video zu machen. Ich war noch unterwegs. Ich war noch kurz zu einem höher gelegenen Tempel, von dem man einen ganz guten Ausblick hat, um mir einen Sonnenuntergang anzuschauen. Den direkt habe ich leider verpasst, aber es war sogar auch ganz nett. Die Aussicht da oben ist schon ziemlich cool. Es war auch sehr ruhig, auch wenn dann auch einige Leute rum gesessen haben. Und so zu sehen, wie es langsam dunkel wird und sowas war eigentlich ganz nett. Ziemlich chillig. Ja, war ganz gut. Danach bin ich direkt wieder dann in die Stadt gefahren. Bin ein bisschen durch die Walking Streets gegangen und habe mir da wieder ein bisschen mein Armbrot besorgt. Auch wieder 50 Baht ausgegeben. Was ist das? Euro 30 ungefähr. Und war danach auch ziemlich gut. Denn ja, hier haben es nochmal Kekse. Und das war es dann auch. Ja, das ist ziemlich cool eben abends halt über die Walking Streets zu gehen. Verschiedene Sachen zu probieren und es alles sehr günstig ist. Und ich hätte auch schon welche, glaube ich, nicht mal in so ein Restaurant rangehen. Aber eigentlich ist das ziemlich cool mit der Walking Streets, weil man viel freier ist mit dem, was man essen möchte. Man kann die Kleinigkeiten probieren und kommt sogar noch preislich ein bisschen besser weg. Wobei man hier echt nicht, wenn ich unbedingt aus Geld gucken muss. Ähm, ja. Die Nacht jetzt hier war ein Ticken besser. Ich habe mal so das Kissen genommen. Also zumindest in meinem Nacken geht es besser. Und ich habe auch ganz gut geschlafen. Äh, die Henne haben heute Morgen auch schon wieder Randale gemacht. Aber gegen konnte ich irgendwie wieder umgehen. Naja. Da, ähm, da jetzt man jetzt halt in Pei so fast zur Hälfte rum haben, nicht ganz. Ähm, weiß nicht. Ich denke, könnte ich mal ein kleines Zwischen-Fazit machen und dann werde ich mit einem neuen Video starten. Ähm, und zwar gefällt mir Pei ziemlich gut. Ähm, gerade hier mit dem Scooter durch die Gegend zu fahren, wenn es schön warm ist. Äh, das Ganze ist ja hier so ein bisschen in so einem Tal gelegen. Das ist so von Bergen umgeben mit sehr viel Wald drauf. Ähm, hier unten im Tal hat man sehr viele verschiedene Felder. Äh, man sieht Wasserbüffel, Reisfelder. Genau, ähm, das Städtchen an sich ist eigentlich auch ganz nett mit den ganzen Läden. Und die Leute hier, äh, ist, ja, ist ein bisschen hippiemäßig. Ähm, manchmal ein bisschen suspekt, aber eigentlich, äh, ganz cool. Also, es ist ja auch nicht so, dass es hier irgendwo, ähm, dass man irgendwie, äh, das Gefühl hat, dass man unsicher ist oder sowas. Das ist halt gar nicht halt, ne, ist total relaxed alles. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Äh, mir war unglaublich gut der Ausflug gestern zu dem Wasserfall, äh, umgefallen, einmal durch den Dschungel zu gehen. Ähm, ja, und halt direkt im Wasserfall ein bisschen baden, das war, war schon cool. Also Pei gefällt mir sehr gut, ähm, weiß nicht. Ich denke, ich habe gestern mit dem Tal Mietchen ein bisschen gesprochen und sie meinte, Kupanglian, äh, ist vom Dschungel her eigentlich eh nicht. Und, naja, gut, dazu hat man noch Strände, also das vielleicht doch besser gewesen. Und, ähm, naja, ähm, genau, das ist so der einzige Wärmungs-Troppen, wenn es jetzt um die Lokalität geht. Das, ja, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, dass ich mit meinem Zimmer nicht so, äh, nicht ganz so zufrieden bin und, äh, ja, wo ich hier wohne. Äh, ich habe mich so ein bisschen arrangiert, es ist okay, sagen wir mal noch so. Äh, es drückt manchmal noch ein bisschen auf die Stimmung gerade, wenn man abends nach Hause kommt, man ist erschöpft und braucht irgendwie so einen vernünftigen Ruckzugsort. Äh, man kommt hier in diese gerade Bude rein und ist nicht ganz so cool, aber es ist okay. Insgesamt ist es eine gute Sache hier in Pei, ähm, genau. Und dann werde ich mal schauen, was denn jetzt demnächst noch ansteht, ja. Ähm, genau, ich habe irgendwie zwischendurch, weiß nicht, ob hier ist, wo ich sie reinpacken werde, noch ein paar Videos. Von, ähm, dem Weg zum, zum Wasserfall. Kann sein, dass ich sie jetzt entweder im Anschlusspacke oder, ähm, vielleicht habt ihr sie ohne Aufforderung schon vor irgendwann gesehen. Ja.